Wir sind wieder da. Pandy? Will? Judy? Well? 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 Der große Kaliker? Oh! Wie ein Teilleiter? Komm mal in die Tonne rein. Oh! Kalikerlo? Oh, ich habe mich gar nicht erwartet. Das war anders. Das war anders. Das war anders. Hey! Und hier war der Kurs? War langweilig. Total langweilig. Was ist der Roboter? Was ist los? Ich... Weiß nicht. Scheint so, als wäre er weggegangen. Weggegangen? Ja. Wir hatten überlegt, ihm zu folgen. Doch das erschien uns irgendwie unverantwortlich. Okay. Dann hätten wir ihn mal suchen müssen. Hoffen wir mal, dass er nicht weit weg ist. Mein Gott. Du magst ihn? Was? Den Roboter? Du hast er gesagt. Ja. Das ist doch nur ein Problem. Hey, du musst da gleich noch um die Wahrheit erzählen. Okay? Will? Ja. Gut. Ja.